Einen schönen guten Tag. Ich begrüße Sie sehr herzlich zur Vorstellung von Das Kind und die Zauberdinge und die Nachtigall. Ein Abend mit gleich zwei Opern. Mein Name ist Raphael Rösler, ich bin am Staatstheater als Operndramaturg tätig und habe die Inszenierung der beiden Regisseure Tobias Haider und Tim Plegge, die Sie gleich erleben werden, begleitet. Heute haben Sie die Gelegenheit, bei einem Opernbesuch zwei Werke von Maurice Ravel und Igor Stravinsky kennenzulernen, die nicht sehr häufig auf den Spielplänen zu finden sind und die mit einer ganz wunderbaren Musik begeistern. Von Igor Stravinsky ist das schöne Bonmont überliefert, zu viele Musikwerke enden nach ihrem Schluss. Beide Werke sind also recht kurz und dauern ca. 45 Minuten. Das Ziel, in einer kleinen musikalischen Form oder in einer Komposition mit kurzer Spieldauer zu einer klar umrissenen Aussage zu gelangen, ist charakteristisch für die Komponisten des frühen 20. Jahrhunderts. Zu denen sowohl Igor Stravinsky als auch Maurice Ravel zählten. Nach die Trojaner und die Vestalin in der letzten bzw. vorletzten Spielzeit setzen wir mit diesen beiden kurzen Opern unsere Spielplanreihe Französische Oper fort. Zwar ist Ravel ein gebürtiger Baske und Stravinsky stammt aus St. Petersburg, doch beide haben viele Jahre in Paris gelebt, dort gearbeitet und beide Werke sind für Paris ursprünglich komponiert worden. Ravels Oper wurde dann zwar in einer anderen Stadt, nämlich in Monte Carlo 1925 Uhr aufgeführt, die Nachtigall entstand ein paar Jahre früher, erste Entwürfe gehen auf das Jahr 1909 zurück, die Oper wurde dann 1916 in Paris an der prunkvollen Opera Garnier mit der russischen Balletttruppe Le Balliuris Uhr aufgeführt. Beide Werke haben eines gemeinsam. Beide sind Vertonungen eines märchenhaften Stoffes. Ravels, das Kind und die Zauberdinge, entstand auf einem Libretto von Colette als Plädoyer für Empathie und Gewaltlosigkeit. Stravinsky's Nachtigall basiert auf einem Märchen von Hans Christian Andersen, in dem es um das Verhältnis des Menschen zu Natur und Technik und um die Macht der Musik geht. Die Oper Das Kind und die Zauberdinge wird inszeniert bei uns am Staatstheater von Tobias Heider. Tobias Heider ist Stipendiat in der Akademie Musiktheater heute von der Deutschen Bankstiftung. Es ist seine erste Regiearbeit an einem Staatstheater. Aber zu Spielzeitbeginn im September diesen Jahres folgt dann an der Oper Frankfurt seine Inszenierung einer Uraufführung von Rolf Riem. Den zweiten Regisseur, den kennen Sie vielleicht, aber nicht als Regisseur, sondern als Choreograf. Hier am Staatstheater hat er schon mehrmals gearbeitet. Vielleicht haben Sie eines seiner Choreografien schon gesehen. Momo oder Orpheus aus dem Dreierabend-Mythos. Mit Die Nachtigall stellt er erstmals eine Operninszenierung vor. Die Kostüme für beide Opern wurden von Janine Wertmann entworfen, die in Karlsruhe ebenfalls mehrmals zu Gast war. Vielleicht haben Sie Dino und die Arche gesehen oder im Schauspiel Alice oder Ein Sommernachtstraum von Shakespeare. Das Bühnenbild stammt von dem international gefragten Frank-Philipp Schlössmann, der in Karlsruhe bereits Romeo und Julia auf dem Dorfe und die Vestalin ausgestattet hat. Heute Abend erwartet sie auch eine Besonderheit. Es wird auch eine Tänzerin aus dem Badischen Staatsballett, entweder Blaise Newman oder Kyoko Watanabe, abwechselnd für sie tanzen. Hinzu kommt bei Die Nachtigall auch noch eine weitere Besonderheit, nämlich eine Malperformance. Auf der Bühne stehen Absolventen und Meisterschüler der Kunstakademie Karlsruhe, die live für sie malen werden. Worum geht es in den beiden Opern? Zunächst zu Das Kind und die Zauberdinge, einer Fantasie-Lyric, einer lyrischen Fantasie in zwei Teilen. Im ersten Teil sehen wir ein unartiges Kind, das seine Hausaufgaben nicht machen will und deswegen mit seinen Eltern streitet. Der Junge bekommt einen Wutanfall, tritt gegen die Sessel, beschädigt die Standuhr und zerschmettert das Teegeschür. Als er sich danach wieder beruhigt hat, erwachen die beschädigten Gegenstände zum Leben und konfrontieren den Jungen mit seinen Missetaten. Wir sehen einen Lehnstuhl und einen Polstersessel, die beide sehr verärgert sind. Sie beschweren sich über die Tritte des Jungen und wollen fortan nicht mehr, dass er sich auf ihnen ausruhen darf. Die Standuhr stürmt herein und kann nicht mehr aufhören zu läuten, weil der Junge sie kaputt gemacht hat. Er flieht vor dem bedrohlichen Pendel und versteckt sich. Die zerbrochene Teekanne und die chinesische Teetasse verwickeln den Jungen in einen Boxkampf. Es tritt auch ein schimpfender Lehrer auf, der seine lautrechende Schulklasse anleitet bei ihren seltsamen Matheaufgaben und so weiter und so weiter. Der Junge flieht im zweiten Teil aus dem Zimmer raus in den Garten und steht dort vor einem ganzen Wald von Bäumen. Die Bäume klagen über ihre schmerzhaften Verletzungen, die ihnen der Junge am Tag zuvor mit seinem Messer zugefügt hat. Der Junge ist entsetzt über seine eigenen Taten. Er sieht das Eichhörnchen, das er früher in einem Käfig gefangen hielt. Verstört von dem Leid, das er angerichtet hat, ruft der Junge nach seiner Mutter und provoziert damit die Tiere und Bäume nur noch mehr. Wütend attackieren sie den Bösewicht. In einem Tumult wird das Eichhörnchen verletzt. Doch der Junge kann sich bewähren. Er verbindet die verletzte Pfote des Tieres und die Tiere und Bäume erkennen, dass der Junge seine Taten bereut und sich gebessert hat. Auch in Stravinskis Nachtigall geht es um ein sprechendes Tier. Interessanterweise ist bei Stravinsky die Sprache oder der Inhalt des Gesprochenen jedoch nebensächlich. Es geht nämlich um den Gesang bzw. die Fähigkeit des menschlichen Gesangs emotional zu berühren. Ein Phänomen, das nicht nur Opernliebhaber, sondern wahrscheinlich die meisten Menschen schon einmal erlebt haben. Worum geht es hier? Stravinsky hat die Oper als eine Kontlyrik bezeichnet, in drei Akten, eine lyrische Handlung. Im ersten Akt sehen wir einen Fischer, der vom farbenreichen Gesang der Nachtigall träumt. Als die berühmte Sängerin erscheint, singt sie für ihn ihr Lied. Die Köchin, der Kammerherr, der Bonze und einige Höflinge des Kaisers von China sind auf der Suche nach diesem berühmten Vogel. Sie wollen die Nachtigall in den Palast ihres Herrschers bringen, damit sie dort für den Kaiser singe. Die Nachtigall lässt sich überreden und folgt der Köchin zum Palast. Zweiter Akt. Der kaiserliche Hofstadt bereitet den Palast für ein Fest vor. Mit großem Pomp zieht der Kaiser ein. Der Gesang der Nachtigall berührt ihn zutiefst. Zum Dank will er ihr einen Orden verleihen, doch ihr genügen die Tränen des Kaisers als Lohn. Es treten drei Gesandte des japanischen Kaisers auf und bringen dem Kaiser von China ein Geschenk. Eine mechanische, eine perfekte Nachtigall. Ihre technische Perfektion und ihr faszinierender, maschineller Gesang ziehen den Kaiser und seinen Hofstadt in ihren Bann. Enttäuscht fliegt die echte Nachtigall davon. Als der Kaiser noch einmal das Lied der echten Nachtigall hören will, bemerkt er, dass sie verschwunden ist und verbannt sie, erbost, aus seinem Reich. Dritter Akt. Der Kaiser ist schwer erkrankt. Der Tod steht an seinem Bett und hat ihm die Krone abgenommen. Geister erscheinen und verkünden ihm, dass seine Tage gezählt sind. Um sie zu vertreiben, ruft der Kaiser nach seinen Musikern. Doch stattdessen erscheint die echte Nachtigall, die zuvor geflüchtet war. Sie betört den Tod mit ihrem Gesang und bewegt ihn dazu, die Krone an den Kaiser zurückzugeben und ihn am Leben zu lassen. Der Kaiser erhebt sich von seinem Sterbebett und begrüßt seine Höflinge aufs Neu. Die beiden Regisseure Tobias Haider und Tim Plegge haben ganz unterschiedliche Ansätze und erzählen uns diese beiden Fabelgeschichten, diese beiden traumhaften Fabelopern auf ganz unterschiedliche Weise. Tobias Haider greift in seiner Inszenierung auf die Entstehungsgeschichte des Werkes zurück. Wir befinden uns im Bühnenbild in der Zeit des Ersten Weltkriegs. Einen Krieg, den der Komponist Ravel mitgemacht hat und der ihn sehr geprägt hat. Der Regisseur hat eine Rahmenhandlung dazu erfunden. Wir erleben nämlich den Traum eines Soldaten aus dieser Zeit, der sich in seine Kindertage zurückträumt. Er träumt von dem Streit mit seinen Eltern und von diesen ganzen fantastischen Zauberdingen, die ihm widerfahren sind, Traumgestalten allesamt. Nach dem heiteren ersten Teil mit den singenden Gegenständen bricht im zweiten Teil die Gegenwart des träumenden Soldaten herein in den Traum. Und die Tiere, die ihn wegen seiner Missetaten anklagen, sehen sie dann auf der Bühne als Verwundete und Kriegsversehrte. Der Regisseur sieht in Ravels Oper eine Parabel, die für Gewaltlosigkeit und Mitgefühl plädiert, die vor dem Hintergrund der Entstehungsgeschichte besonderes Gewicht erhält. Zwischen dem ersten und dem zweiten Teil des Doppelabends gibt es ein verbindendes Element, eine Klammer der Regie. Tim Pleggel greift in seiner Nachtigerinszenierung die Idee des Träumers auf. Diesmal ist es jedoch ein ganz anderer Traum. Ein Soldat träumt den Traum, der uns etwas über zwei Dinge lehrt. Zum einen, dass die Entfremdung von der Natur in Krankheit und Tod mündet und dass die Musik bzw. der Gesang eine heilende Kraft hat. Tim Pleggel stellt uns zwei Welten gegenüber. Auf der einen Seite die Welt der Nachtigall, eine Welt der Natur und der Kunst, die versinnbildlich wird durch die bereits erwähnte Malperformance, eine Welt der Farbe. Der gegenüber steht auf der anderen Seite eine Welt ohne Emotionen, die Welt des Kaisers, ganz farblos gehalten in kaltem Neonlicht. Und mit diesen Bühnenbild-Ideen findet Tim Pleggel eindrucksvolle Bilder für die Parabel, für die Fabel, die Igor Stravinsky uns hinterlassen hat. Hiermit möchte ich meine Einführung beenden. Weitere Informationen zum Komponisten, zu den Komponisten, zum Werk und zur Inszenierung, beispielsweise ein Interview mit den beiden Regisseuren, finden Sie im Programmheft zur Produktion, das Sie an den Garderoben erhalten können. Ich wünsche Ihnen einen märchenhaften, nein, einen fabelhaften Opernabend mit zwei wunderbaren, selten gespielten Opern von Maurice Ravel und Igor Stravinsky.